Ich mach dir die Klappe mal auf und dann werfen wir da mal einen Blick rein. Das Auto, was hier bei uns im Studio steht, ist komplett leer gelaufen. Wir sagen das immer wieder gerne. Die Batterie ist also tot. Es wird nicht bewegt. Toter geht's nicht. So, jetzt gucken wir mal. So, jetzt kommt was ran. So. So. Du musst mir aber helfen, bitte. Ja, okay. Also, rote Polklemme. An rot, oder? Ja, an rot.